Musik Servus und schön, dass Sie wieder dabei sind bei den Haumart-Geschichten. Wir sind diese Woche in Brunntal unterwegs. Die Gemeinde liegt auf der Münchner Schotter-Ebene und zählt rund 5800 Einwohnerinnen und Einwohner, die verteilt auf zehn Gemeindeteile leben. Herzlich willkommen zu den Haumart-Geschichten. Heute besuche ich den Verein Zivilcourage für alle. Besser gesagt, die Frau Singer und die Frau Schnieders. Hallo, grüß Sie. Hallo. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Wir treffen uns hier im Rathaus, weil Sie ja so als Verein gar nicht irgendwo stationär sind. Sie sind ja überall in Oberbayern unterwegs. Genau. Der Sitz des Vereins ist in Brunntal, weil ich Brunntalerin bin und seit 23 Jahren hier lebe. Aber der Verein selber, die Trainings, die Vorträge, die wir halten, machen wir hauptsächlich in München und in Bayern und teilweise auch in Deutschland. Also weit über die Grenzen von Brunntal heraus unterwegs, aber hier dann doch irgendwie zu Hause. Frau Singer, wie ist Ihr Verein überhaupt entstanden? Es gab ja einen ganz konkreten Anlass. Genau, und zwar war das 2010. Da war ein bedauerlicher Vorfall in der S-Bahn in München. Da hat Dominik Brunner zwei Jugendlichen geholfen, die von zwei anderen Jugendlichen angegriffen wurden. Hat schon in der S-Bahn Stellung genommen und ist dann rausgegangen, S-Bahn Station sollen. Und da kam es dann leider zu einem Handgemenge mit den beiden Jugendlichen, woraufhin Dominik Brunner leider verstorben ist. Und unser Verein wurde quasi aus diesem traurigen Anlass heraus gegründet. Die Vereinsgründerin war damals Studentin an der LMU Psychologie und hatte beim Professor Frei, der auch unser Ehrenmitglied ist, ein Training, das allerdings nur für Studenten vorbehalten war. Und damals hatte sich gesagt, warum denn nicht Zivilcourage für alle? Und so kam unser Verein zustande, ist gegründet worden. Da wird wir als Verein für alle Zivilcourage den Wert Zivilcourage in die Welt tragen. Und wie machen Sie das? Also was sind die Aktivitäten Ihres Vereins? Wo sind Sie überall vor Ort? Und was bieten Sie da an? Wir bieten sehr viel an. Und zwar bieten wir auf der einen Seite Trainings an und Vorträge. Und bei den Trainings ist es so, dass wir jetzt mittlerweile sechsmal im Jahr, wir nennen das offene Trainings anbieten, wo sich jeder Interessierte anmelden kann. Das sind dann meistens Ganztagestrainings. Dann bieten wir noch an buchbare Trainings. Und zwar ist es so, dass wir sehr, sehr oft von Schulen, von Bildungsträgern, von Firmen, von ganz verschiedenen, auch von Einzelpersonen schon gebucht wurden und werden. Und dann gehen wir vor Ort in die Schule oder in den Bildungsträger und halten zielgruppenspezifische Trainings. Es wird dann immer im Vorfeld abgefragt, was ist Ihr Schwerpunkt, wie viele Teilnehmer, wie alt sind die Teilnehmer. Und daraufhin kommen unsere Trainer in die Schulen, in die Bildungsträger, wohin auch immer und halten die Trainings, Zivilcourage-Training, um quasi zu vermitteln, wie man richtig reagiert, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Das ist ja genau der Punkt. Genau. Wie sind Sie denn persönlich dazu? Wir gehen jetzt gleich noch darauf ein, wie diese Trainings stattfinden mit der Frau Schnieders. Sie sind ja Trainerin. Genau. Wir können uns da dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mich interessiert jetzt aber noch, wie sind Sie denn persönlich zu dem Thema gekommen? Warum interessiert Sie das so sehr oder berührt Sie das so sehr, dass Sie sich da so sehr engagieren? Es gibt einmal im Jahr in München die Münchner Freiwilligenmesse. Das ist jetzt auch wieder im März. Und ich war 2012 auf der Münchner Freiwilligenmesse, weil ich mich ehrenamtlich engagieren wollte. Es war für mich klar, ich muss irgendwas für die Gesellschaft tun. Und da habe ich den Verein Zivilcourage für alle kennengelernt. Ich fand das Thema mega spannend und mittlerweile auch wichtiger denn je. Und fand auch die Organisation des Vereins und auch die Mitglieder toll und engagiert. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mit und bringe mich da ein. Mittlerweile bin ich die Geschäftsführerin von dem Verein. Wie lange sind Sie denn jetzt schon als Geschäftsführerin mit dabei? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, das ist eine lange Zeit. Inwiefern hat sich denn für Sie selber das Verhältnis zum Thema Zivilcourage verändert? Ist es in Ihrem Alltag jetzt was, wo Sie vermehrt darauf achten, wenn man sich da jetzt so viel damit beschäftigt? Auf alle Fälle achte ich persönlich auch mehr drauf. Also zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn irgendwie eine Situation erlebe, wo ich früher geschwiegen hätte, sage ich jetzt was. Und was ich halt auch vom Verein her merke, dass wir unheimlich viele Anfragen haben. Also gerade im Moment, wir werden sehr, sehr stark gebucht von Schulen, auch von Bildungsträgern. Das ist sehr, das Thema ist im Moment sehr, sehr präsent und sehr, sehr wichtig. Ich sage vielen Dank für den Moment, Frau Singer. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch drüber und schauen auch mal rein, wie so ein Training denn bei Ihnen ausschaut. Und was man da so alles lernen kann bei Ihnen im Verein nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Heimatgeschichten aus Brunntal. Heute beim Verein Zivilcourage für alle. Und da sehe ich jetzt auf Ihrem Flyer ganz prägnant den Satz, ein Satz hilft. Und zwar welcher? Der Einsatz für die anderen. Ach, also nicht ein Satz, sondern ein Satz. Naja, es ist ein bisschen doppeldeutig. Es kann auch manchmal als ein Satz auch nur ein Satz helfen. Und manchmal muss man vielleicht mehr tun, weil Zivilcourage ist ja eine besondere Form des Mutes. Wie der Name schon sagt, es ist ein sozialer Mut. Es ist der Mut, sich für andere einzusetzen und anderen beizustehen in Situationen, wo sie vielleicht diskriminiert werden, verbal oder wo auch möglicherweise Gewalt im Spiel ist. Sie leiten ja diese Trainings, Frau Schnieders, unter anderem. Wie kann ich mir denn so ein Training vorstellen? Was lernt man bei Ihnen alles und wie läuft so ein Training ab? Zu uns kommen Leute, die eigentlich in der Regel Zivilcourage leisten wollen, aber die nicht genau wissen, wie. Wie, die sich hilflos fühlen in verschiedenen Situationen und Angst haben, sich selbst in Gefahr zu bringen. Und wir versuchen diesen Menschen zu zeigen, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Und das wollen wir in diesen Trainings. Darum heißt es auch nicht Workshop oder Seminar, sondern es heißt Training, weil wir das ganz aktiv mit diesen Menschen auch trainieren wollen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das können Sie sich so vorstellen, dass wir nicht nur Theorieteile haben, wo es zum Beispiel darum geht, was ist Zivilcourage? Was sind besonders schwierige Situationen für mich persönlich, wo ich sagen würde, da kann ich keine Zivilcourage zeigen? Und das wird ergänzt eben durch ganz aktive Module. Wir machen Rollenspiele mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wo sie sich wirklich in dieser Situation erproben können an einer Situation, die Zivilcourage erfordert. Und das reflektieren wir dann gemeinsam im Nachgang und erarbeiten dann auch mit den Teilnehmenden die Handlungsspielräume, die sie vielleicht in dieser Situation haben. Sie haben bei Ihnen auf der Homepage auch einen Bereich, der heißt Zivilcourage to go, also mit einzelnen Tipps. Haben Sie vielleicht da jetzt auch so ein paar Themen, die Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern an die Hand geben könnten, was man jetzt mitnimmt, wenn man in so eine brenzlige Situation kommt, wie man sich dann verhalten sollte? Ja, also es gibt sicherlich Tipps, die wir eben dann im Training auch zusammenstellen. Also wir sagen vor allen Dingen, die Grundvoraussetzung ist, dass wir aufmerksam sind, dass wir aufmerksam sind im Alltag und wahrnehmen, ob es irgendeine Situation gibt, wo jemand sozusagen in einer Notsituation ist oder sich ungut fühlt. Und dann heißt es den ersten Schritt machen, nicht abwarten, dass andere etwas tun. Das ist ein Phänomen, was es gibt, dass die Leute sich häufig an den anderen Menschen orientieren und sagen, wenn die nichts machen, dann mache ich auch nichts, dann muss ich auch nichts tun. Wir sagen selber den ersten Schritt machen, sich vielleicht Verbündete suchen, andere Menschen mit einbinden und sagen, schauen Sie mal, da vorne wird offensichtlich jemand bedroht, wollen Sie mitkommen, mitkommen, wollen Sie mit mir zusammen versuchen einzugreifen. Dann geben wir immer die Empfehlung, dass man, wenn man in so einer Situation eingreift, sich nicht so sehr mit den Tätern beschäftigt, sondern eher mit dem Opfer, dass man versucht, dem Opfer zu helfen und das Opfer aus dieser Situation möglicherweise herauszubringen. Wenn man sieht, es ist eine Situation, die eskalieren kann, die richtig gefährlich wird, sagen wir auf jeden Fall die Polizei rufen, das kann man immer machen. Weil die Polizei auch sagt, lieber einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig. Und was wir auch immer noch mit auf den Weg geben, dass man in einer solchen Situation gut beobachtet, weil die Polizei häufig darauf angewiesen ist, dass man eine gute Zeugenaussage geben kann. Gab es denn aus Ihren Trainings auch schon Feedback, sage ich mal, dass Leute dann zu Ihnen gekommen sind danach, die gesagt haben, hey, das hat mir total geholfen, ich bin jetzt nämlich in die Situation XY gekommen und konnte das Gelernte da auch anwenden? Die Situation haben wir immer wieder mal. Wir haben auch Kontakt mit den Menschen, die mit unseren schon Trainings gemacht haben. Wir sind ja schon zwölf Jahre aktiv und wir haben schon mit über 3000 Menschen ein solches Training gemacht. Insofern bekommen wir immer mal wieder Feedback. Wir bekommen vor allen Dingen das Feedback aus unseren Trainings, nach den Trainings, dass die Leute sich, die Menschen sich selbstbewusster fühlen, jetzt in einer solchen Situation einschreiten zu können, weil sie einfach Handlungsempfehlungen haben. Also dass sie dann auch überhaupt aktiv geworden sind vielleicht auch, weil sie diese... Weil es geht tatsächlich bei Zivilcourage auch erstmal sehr stark um ein Selbstbewusstsein, dass man hat und sagt, ich kann das, ich will das, ich habe die Kompetenz und ich habe vor allen Dingen das Wissen, wie ich richtig handle. Und dieses Wissen können sie halt in unseren Trainings mit uns gemeinsam erarbeiten. Abschließende Frage. Sie haben jetzt schon gesagt, zwölf Jahre ist der Verein jetzt schon aktiv. Hat sich das Thema Zivilcourage in dieser Zeit verändert? Ist es heute wichtiger geworden? Ist es anders geworden? Brauchen wir sogar häufiger Zivilcourage heute? Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil ich glaube, es vielen Menschen so geht, dass wir das Gefühl haben, der Ton wird ruppiger in der Gesellschaft. Dinge wie Respekt und Toleranz werden häufig verletzt, auch im Miteinander. Und man hat häufiger Situationen, wo man sagen möchte, stopp, so nicht. Und insofern glaube ich, dass in der gesellschaftlichen Situation, in der wir zurzeit sind, und Zivilcourage umso mehr gefragt ist. Frau Schnieders, Frau Singer, ich sage ganz vielen Dank für die Zeit, ganz großen Respekt für Ihren Einsatz im Verein. Ich finde es wirklich bewundernswert und können wir uns alle ein Schreibchen davon abschneiden. Und die Zivilcourage, die nehmen wir heute auf jeden Fall mit als Thema, das wir ins Auge fassen werden. Vielen lieben Dank Ihnen. Ihnen zu Hause danke fürs Einschalten und bis morgen in den Heimatgeschichten. Servus.